Halli Hallchen liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Box Universe 2. Im letzten Part haben wir uns mit der Story rund um Trunks befasst und sind in die Zukunft gereist. Haben an der Seite von Gohan gekämpft und haben auch gegen Cell einen Kampf bestritten. Jetzt geht es allerdings weiter. Wir werden uns mit der Cell Saga befassen in diesem Part. Und ja, in dem Sinne werden wir Schwanks unterstützen, der sich bestens in dieser Zeit auskennt und uns so am besten unterstützen kann. Oh, da bist du. Trunks fand ein paar Dinge verrückt in den Schrauben, die er in den Schrauben nach dem Cell erreicht hat er perfekt. Er hat mit etwas called The Cellgames. Aber hier ist das Problem. Ein von den Mitgliedern muss eigentlich nicht sein, da. Meera. Er ist außerhalb des Flusses der Zeit. Ich gehe mit dir um dich zu kämpfen. Oh, das ist aber nett. Show the newcomer, how it's done, Trump. Ha. Dabei haben wir ihm schon öfters geholfen, als er uns. Also. Egal. Er ist unser Vorgesetzter, also lassen wir uns mal drauf ein. Hi, Mira. Oh, mira. Okay, was hat mir vor? Was planst du dieses Mal, Toa? Ich denke, dass du heute deinen Scheriff Spaß hast. Was ist denn da? Sind du sicher, dass du nicht ein Elit-Warrior bist? Wie er abgeht. Ach, Nappa. Nappa, mein Meister. Bester Mann. Hm, aber sollten wir uns mal umschauen, was da los ist. Sollten wir uns mal umschauen, was da los ist? Ah, natürlich. Und wenn er dann sein altes Licht trifft, das wäre nicht so gut, ja. Cells ist mehr gefährlich als vorher. Aber das ist nicht die erste Mal, dass wir diesen Trick gesehen haben. Ja, sie haben vielleicht ein paar extra Überrasse. Also bleib auf Ihren Garten. Hm. Ja, gucken wir mal um was es geht. Also, danke Trunks für den einen Kampf, den du dabei warst gegen Mira, wo ich drei Viertel der HP-Leiste platt gemacht habe, während du mehr oder weniger nur zugeschaut hast. Ach ja, die Cell Junior. Ach, merkwürdige Viecher. Aber man brauchte ja unbedingt wieder Minions. Und nachdem Pflanzenmänner ja inzwischen out waren... Ja, ja. 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 Woh! Das ist ein Mini-Kammer, nicht wahr? Naja, das war C16s große Stunde, ja. Mithil habe ich eh den Eindruck gehabt, Mr.Satan wäre gerne mal so eine Art Batman geworden Das war auch eines der ersten Momente, wo Mr.Satan überhaupt mal irgendwas gemacht hat, also. Oh, ich bin schon eine halbe Stunde mit dem Cell Junior beschäftigt, mach endlich schneller. Oh ja, und Tegelan ist fast am sterben, wenn ich nichts mache. Ja, das war auch der Moment in der Geschichte, wo mein Herz ein bisschen geschmolzen ist, weil C16 doch so einen Hauch an Menschlichkeit zeigt. Man sich doch überlegt hat, oh, da war früher noch ein Mensch. Super Saiyan 2, wo es damals noch was besonderes war. Ah, schön. Da ging Gohan noch ab, Junge. Da war der noch richtig harte Ficker, du. Da kümmern wir uns noch so ein bisschen klein. Ja, der Teenager, äh, Teenager-Song Gohan war ein Hammer. Also, es gibt nur noch eine, eine andere Form von Gohan, die ich besonders geil finde. Das ist der Ultimative, also der gegen den Majin Buu. Oder gegen den, äh, richtigen Ultimativen Majin Buu. So, die Cell Juni sind weg. Jetzt haben sich Gohan schön um den Cell selbst kümmern. Und weiter geht's. Ach ja, Nostalgie-Faktor. Die ganze Zeit. Also jedes Mal so ein bisschen so Gänsehaut so. Oh ja, Gohan verwandelt sich Super Saiyan 2. Wow, shit. Ah, voll toll. Was ist jetzt los? Okay, was sollen die ganzen Metall Cell, äh, äh, cooler hier? Oh shit, okay. Was zum Teufel sucht ihr hier? Ach. Oh shit, wäre cool. Musik genauso gut. G rhymes mit einer Newhouse Àh! Kuss, der巿. Ja? Oh! Vielen Dank. Mriggott! Herr Mitts. Ahh! Magisch! Oh shit! Oh shit! So geht es zum Teufel, Т row! Und안? They sind Panther, woher! So geht es! die Technologie zu sehen, die sie schon wieder zu sehen. Die Technologie zu sehen, was die Welt für den Weltkrieg geöffnet. Die Technologie zu sehen, was die Technologie zu sehen, als sie einen neuen Faden zu sehen. Sie müssen sie versuchen, sie zu halten. Sie versuchen, sie zu ziehen. Trunks, Sie müssen mit uns hierherabschieden. Sie können durch die Einheit einladen. Sie können von Zeugen sein. Sie können sich verabschieden. Juhu, Trunks unterstützt uns ein bisschen. Uiuiuiui. Also mit Überraschungen haben sie jetzt nicht gespart, ne? Also die Toa und Mira. Eieiei. Frech die Leute. Aber darum kümmern wir uns ja jetzt. Uiuiui. Hiya, hiya, hiya. Ein paar Fähigkeiten fangen euch direkt auf, dass die Neues sind, wie sowas wie dieser Angriff hier. Das ist der Super Butans. Und ich glaube eines von den Fähigkeiten, die Greta benutzt, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Und der kritische Kinnhaken, den habe ich von Dordoria gelernt. Das Schöne bei den beiden Fähigkeiten, die Ausführung von den beiden, weil die führen sich sofort aus. Also es ist keine Verzögerung oder irgendwas, mit dem man ein bisschen rechnen muss, sondern die werden sofort, die können dann mehr oder weniger fast nahtlos im Kompos integriert werden und das hat mir besonders zugesagt bei den beiden. Der Kinnhaken ein bisschen mehr als der Brutanz. Huff, mal wieder zehn Platt gemacht. Trunks, wo bleibst du? Ich kämpfe alleine gegen Abertausende Metallcooler, will es nur mal gesagt haben. Ah, da ist er ja endlich. Dafür, dass ich nur ein Mensch bin, hatte ich mich eigentlich gegen Metallcooler, die jetzt eigentlich sowohl nicht nur ein, sondern zwei Super Saiyajins gebraut haben, gar nicht mehr so lustig. Oder waren, äh, Goku und Biggetta damals nur schwach? Hm. Wow, Trunks. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ach, Devil spielen. Oh, beide wollen sie nicht spielen. Okay. Hallo, lässt du das mal bleiben? Wie ist das? Wie ist das Sack? Frech halt. Und bam. Next. Ha, läuft doch alles ganz leicht. Tadaa. Oh, ah, Feuerwerk. Uh. Können wir machen, können wir machen. Ähm. Aber hast du uns jetzt nicht hier für immer eingesperrt? Also Wurmloch und so, andere Zeit, Raum, Zeitordnung, blablabla, keine Ahnung, wie funktioniert überhaupt ein Wurmloch? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall. Ist mir hier nicht eingesperrt? So rein technisch gesehen soll. Aber egal. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Gucken mal, wie sich Gohan so schlägt. Ob er schon ein Zelt vernichtet hat? Ah, anscheinend noch nicht. Aber gleich sehen wir das Vater-Sohn-Kamera-Meha. Das ist, das ist awesome. Das ist richtig geil. Okay, should you go home? Ufff! Haha! Ich bin der Noturwelt! Hiiii! Ich fand das eh so geil, dass die aus der Unterwelt über den Kaioshin ein bisschen kommunizieren können. Und dann direkt zu Gohan geredet haben in dem Moment. Gut. Final Flash, bitte! Oh. Wer steht da hinter mir? Au, 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 au. Ja! Okay, auf ein neues! Final Flash! Hat doch funktioniert! Alle guten Dinge sind es 3. Uh, jetzt gehts los. Auf eines der geilsten 10 von damals. Ja, ich hab ne Nostalgiebrille auf, na und? Hammer! Jaaaahhhhhh. Imfosilvoll! Asch, nein! Ahch, nein! Ahch, nein! Ahch, nein! Ach, ja. Und weg ist er. Damals war Gohan noch awesome, Alter. Ich hab's gemacht. Ja, ja, ich hab's gemacht. Unglaublich. Er hat es tatsächlich ausgeliefert. Er hat gewonnen. Willkommen zurück. Und das ohne Super Saiyajin, ohne nix. Das war eine wilde Reise, nicht wahr? Ich habe nie erwartet, dass ich eine Flamme von coolern sehen kann. Ja, aber Trunks hat sich mal zur Abwärtsung richtig nützlich gemacht, das stimmt. Ja, ich habe wirklich nicht erwartet Trunks, um einen Stunt auszupassen zu können. Huh? Halt mal einen Moment. Ich dachte, das war, warum du mich in der ersten Beine hattest. Als Backup. Oh, ja. Ich habe das alles geplant. Ja, ja. Natürlich. Warum hast du mich so gesehen? Alles war gut, nicht wahr? Äh, okay. Okay. Du hast es sicher nicht einfach, oder? Ich glaube, das muss ich probieren. Also, ich fühle mich nicht. Ich hoffe, das mache ich jetzt. Ich fühle mich aber auch. Oh, nee. Ich fühle mich doch auch. Ich fühle mich an. Okay, das sind Expertenmissionen. Habe ich auch schon öfters gelesen gehabt, dass da Leute welche gemacht haben und alles, aber wusste ich bisher nicht, um was es sich da genau dreht. Aber gut, die erste dreht sich eigentlich nur darum, dass man sich um Nappa in seiner Weraffenform kümmert. Okay, dann gucken wir uns mal an, warum das dabei geht. Auf jeden Fall kann ich jetzt als meinen Charakter reinschlupfen und scheint keinen anderen Charakter mitnehmen, wie das bei Parallelquests der Fall ist. Ah gut. Ah, Tutorial. Okay. Was für ein Tutorial? Okay. Ist hier jetzt tatsächlich online die Leute oder ist das jetzt nur... Okay, aber ich glaube das sind eher Nutzerdaten. Ja klar, weil Tutorial und sowas. Ja. Okay. Okay. Oh shit, da bin ja ich. Ah, okay. Hm, jetzt sieht ganz schön sexy aus. Ciao, mein falsches Ich. Okay, das war interessant. Okay. Ah, jetzt muss man dem Kollegen quasi helfen, dass er nicht die gleiche Probleme hat wie wir grad eben. Okay, also wenn er aber die Gedankenkontrolle erleidet, dann kämpft er gegen einen oder was? Wow, okay. Verrückt. Jetzt verstehe ich auch warum da die Expertenmissierung genannt werden. Dann übernimmt sozusagen der Computer den Körper des, äh, ja des Nutzers, des Spielers. Und greift die anderen so lange an, wenn er in der Gedankenkontrolle sitzt. Okay, also man kann seinen Kameraden nicht einfach in aller Ruhe, äh, sich seinem Schicksal überlassen. Denn wenn man das macht, dann, äh, ja, dann, äh, schwindet sich dagegen ein. Ah, okay, wird aber nicht besiegt deshalb, okay. Gigantische Ikea-Explosion, jetzt geht's aber los. Okay. 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 Okay, wenn man sich dieser entgegenstellt. Okay. Okay. Okay, also wir müssen, mit X und Y müssen wir das Ding stoppen und dann mit A können wir uns eine kurze Pause gönnen, also Ausdauer wieder aufbauen. Okay. Okay. Mal sehen, ob wir direkt eine machen können. Mit der Unterstützung anderer natürlich. Okay, und das geht dann auch in ein gewisses Ranking ein oder irgendwas in der Richtung. Interessant. Interessant. Das ist auch wieder eine Art Möglichkeit, um viele verschiedene Spieler dazu zu bewegen, Koop-mäßig zusammenzuarbeiten. Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Wir müssen allerdings mal gucken, was wir sonst noch alles zu tun haben. Wir haben auf jeden Fall viele neue Ausbild-Events. Also viele neue Ausbilder. Erstmal nehme ich die Herausforderung von einem Charakter an. Das ist glaube ich C-17 in dem Fall. Hey! Und ja, nehmen natürlich dann seine Herausforderung, seine Mission an. Aber dazu tauchen auf die Charaktere der Dragon Ball Saga, also der Dragon Ball Serie auf. Ich fordere einen zu gewissen Quests auf und die tauchen dann auch als Parallel-Quests dann für den Koop für Online auf. Nein! Du darfst nicht in meinen Weg kommen! Was? Du willst einen Freund? Ich versuche dich. Ich werde dir nicht leicht auf dich gehen, weil du eine Frau bist. Schau mal an das. Einige Reinforceungen. Okay, ich werde dich machen. Einige Reinforceungen. Wie schau mal an das? Du denkst, dass du dich den Garten so ausfälligst? Das ist auch so interessant. Sie sind viel stärker als die Dr. Jero. Ah! 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 So, sind wir schon fertig. Und weg ist er und verfolgen. Okay, dann würde ich mal gucken, dass wir halt noch in dieser Folge möglichst eine Expertenmission zusammen kriegen, dass wir dann mal sehen, wie das so dann in Aktion aussieht. Und dann schauen wir uns im nächsten Part wieder die Story an, wir werden dann die ganzen neuen Ausbilder mal abchecken. Ah, da kommt die Piccolo. Und fertig. Ja. Piccolo hat sich nicht mal bewegen müssen. Dann geht's wieder weiter. Was wir sehr gut gemacht haben bei Parallelquests ist, dass die Portale, wo man hin muss oder wo was tatsächlich geschieht, grün markiert werden, während die, wo man schon war und wo nichts mehr passieren wird, grau hinterlegt sind. Das finde ich schon mal ganz gut. Erleichtert und verschnellert den ganzen Prozess ein bisschen. Okay, Dinge werden jetzt ernst sein. Okay, das werden jetzt ernst sein. Jetzt ist das mehr so. Okay, das ist das mehr so. Okay. 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 Oh das ist nicht gut. Ähm. Ähm. Was zum. Okay. Das Problem ist, genau das, das Problem ist, ich habe keine Unterstützung, weil Nappa sollte eigentlich nicht da sein, also würde mich Nappa eigentlich normalerweise nicht unterstützen, also kümmert er sich eigentlich um die Gegner, aber wir gucken mal Nappa ein bisschen mehr, guck mal wie sich der gute Mann so schlägt im Kampf gegen Cyborgs, die er ja noch nie bekämpft hat und eigentlich auch total outmatched ist und so. Hm, ich lege in der Zwischenzeit da. Was geht ab Nappa? Das Problem ist, dadurch dass Nappa jetzt nur ein unterstützender Charakter ist, wird er im Vergleich zu Charakteren, die ich ausgesucht habe, mir jetzt nicht aktiv helfen, also im Sinne von mich wiederbeleben hier. Also müssen wir hoffen, dass Nappa das hier reißen wird und ja, wenn er es nicht kann, dann auch nicht schlimm. Hoffen wir das Beste. Mein Nappa packt das, Nappa ist der beste Mann und so. Ja, äh, ja. Er kann irgendwie nicht ausweichen, ne, gute Mann. Umdrehen kann er auch nicht. Hm. Computer sind ein bisschen schwach. Ja, genau. Wechsel den Charakter, wechsel den Gegner. Das wird's nicht einfacher. Nein. Naja, schauen wir noch ein bisschen Nappa zu. Ach, ist das schön. Das Ding ist, weil das jetzt hier ein zusätzlicher Kampf ist, wird das hier nicht gewertet als, äh, Loose oder sowas, sondern, ähm, die Grundbedingungen, die hab ich erfüllt. Und alles, was drüber hinaus ist, äh, ja, wird nicht mehr so großartig gezählt. Es sei denn, ich will halt, ähm, im Sinne, ich will halt, äh, noch zusätzliche Items verdienen, zusätzliche Xenie und so weiter, XP und so weiter. Aber, Nappa könnte das noch reißen. Noch hat er die Chance. Ah, okay, soviel zu dem Timer. Nitter Versuch, Nappa. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Wie gesagt, die Grundbedingungen ist erfüllt. So ist es bei Parallel-Quests halt eben. So. Und dann gucken wir mal, was wir noch so schönes tun können hier. So. Und dann gucken wir uns mal diese schönen Spalten ja an. Mal sehen, ob das hier funktioniert. Kann ich sehen, dass Sides ist außerdem hier. Ah, das ist das Tutorial gewesen. Genau. Was haben wir hier? Ach, Tutorial Nummer 2. Okay, da gibt's noch mehr Tutorials. Okay, dann ziehen wir uns das Ganze im nächsten schönen Part, äh, von Dragon Ball Xenover 2 rein. Anscheinend kommt da noch ein bisschen mehr. Also was Tutorials betrifft. Und, äh, dann werden wir uns, denke ich mal, entweder mit der Story befassen oder auch direkt, äh, noch anschauen, welche Ausbilder. Das überlege ich noch. Und welche Ausbilder jetzt dazu gekommen sind. Und, äh, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschö tschö.